Kann also mit vielen Sachen zu tun haben, warum ich überfordert war. Aber hier ist sonst nix mehr, ne? Nein! Okay, jetzt sehen wir übrigens auch mal, wie ich sterbe. Ich hab den falschen Topf gedrückt. Ich wollte mit meinem Feuer nur ein bisschen Licht machen. Hat nicht so ganz geklappt. Hab ich jetzt die Karte wieder nicht erforscht, ne? Oh, Krankenwagen! Um kurz nach elf. Morgens in Duisburg. Mit CH am Ende. Ich wollte schauen, ob es hier auch noch einen Supersprint gibt. Das wär's natürlich. Dann würden die mir einen riesen Gefallen tun. Macht das überhaupt Licht? Das macht gar kein Licht. Das ist ihm einfach egal. So, allzu viel wollte ich heute jetzt eigentlich auch nicht mehr aufnehmen. Mal nur mal kurz in das Level reinschauen. Weil, wie gesagt, da war ich ein bisschen überfordert mit. Vor allem, ne? Weil, hier gibt es auch so viele Sachen, wo man Dietrich braucht. Und ich wollte jetzt nicht so viel Geld dafür ausgehen. Das war, da hab ich wirklich versucht, die Sachen immer zu merken. Aber okay. Ich denke mal, jetzt werde ich ein bisschen spendabler sein. So, jetzt gib mir die geile Mucke. Oh, Koffi-Sumpf. Ach genau, die machen ja die Scrap-Geräusche. Stimmt. Hallo. Ach genau, da bin ich direkt tot. Ja. Das ist, das war auch ein bisschen ätzend. Stimmt. Krieg ich den Mucke, wo ich zuhers noch mal? Mega. Hau ab. Ich muss auch noch mal ein bisschen auf die Wände achten. Was gibt's denn hier eigentlich zu holen? 3, 18. Puh. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Watzel. Ja, hier ist so ein Teleporter-Feld, wo ich auch mal einkaufen kann. Dankeschön. Kommen wir direkt ein Lied draufwerfen. Weil statt 500 für den Dietrichs haben wir jetzt nämlich 625. Ich hab einfach mal schön 25% draufgeschlagen. Ja, sind nur 20% hoch. Ich hab Samstag, kein Gehirn. Äh... Stabile Türen sind aus verstärktem Stahl gemacht. Solche Türen können nur mit Hilfe der Superangriff... Was? Superangriff Dingens oder dem Treffer aus einer Kanone zerstört werden. Wir haben ja schon eine Kanone gesehen, aber ich glaube, wir kommen mit der Kanone nicht dahin. Vielleicht täusche ich mich. Ich mag das, wie die sterben. Ach, das war nur Pilze, das könnte ich einsammeln. So. Ähm... Ja, wo fangen wir denn mal an? Ich glaube, ich geh erstmal hier lang. Komm hier mal! Ja! Ja, Funz! Und da wächst dann direkt was aus dem Boden. So, da möchte ich aber eigentlich noch nicht hin... Ui! Entschuldigung. Ich dachte, die kann ich nicht mit dem Rammangriff spüren oder zerstören. Ah, aber ich glaube, warum ist nur nicht Edelsteine, oder? Das sah jetzt grad zumindest so aus, oder? Geht's dann noch weiter. Es scheint weiterzugehen. Jep! Es geht auf jeden Fall weiter. Gut! Dann gehen wir da noch nicht lang. Wir müssen hier erstmal die Kletterparty machen. Kletterparty. Dann kommen wir nämlich schon mal, glaube ich, zur Kanone. Ah, jetzt war nur die Tür, genau. Ich mag die Versuch von denen. Klar, Sumpfabschnitt. Ich glaube, ich habe hier von dem auch nur einen sehr kleinen Teil gesehen. Wo ich ja schon relativ lange mit beschäftigt war. Und hier gibt's auch ein Bonuslevel von dem Charakter, der kann ich mich jetzt zumindest nicht dran erinnern. Ich bin ja nicht festhalten, der Affe. Da müssen wir auch so rumgehen. Und dann liest es halt so. Wurde doch jemand an Gegenan? Nope. Sehr schön. So. Von hier aus kommen wir zu der Kanone. Ansonsten. Ha! Kann ich nochmal runterfallen. Sehr gut. Hallo Kamera, komm bitte mit. Ja. Mach mal dann auf Nummer sicher, dass wir da nicht eben runterfallen. Ja, ich glaube, das bringt es, glaube ich, nur zu der Kanone. Wir können von da aus nochmal unseren Blick etwas schweifen lassen. Drück 3 zu betreten oder verlassen der Kanone. Drück 4, um zu schießen. Okay. Was ist das denn da hinten? Ein Lichtedelstein. Oh. Oh, warte mal. Kann ich das kaputt machen? Das ist ja interessant. Cool. Das hab ich letztes Mal nicht rausgefunden. Okay, das ist, das ist jetzt krass, wenn ich hier Umgebung zerstören kann, ne? Oh mein Gott. Können wir den Baum vernichten? Wahrscheinlich nicht, ne? Hat er auch Kollisionsabfrage, der Baum? Ich denke mal nicht. Ich überleg gerade, ne? Der hinten mit der Tür. Ne, da komm ich glaube ich nicht hin. Da brauch ich das super angegriffen, die Gänse. Ja, da muss ich ja wohl doch nochmal hin, ne? Halt ich fest! Macht er tatsächlich. Ich bin so stolz auf dich. Hup. Hup. Glei! Wie viel haben wir denn jetzt mittlerweile? Hup. Ich dachte, man kann da runterfallen. Sieben. Okay, einer fehlt uns noch. Dann können wir schon die erste Sportdienst-Fähigkeit sammeln. Stimmt. Die Stand soll ich vielleicht dann noch mitnehmen. Ohohohoho. So schaut mal her. Ich habe jetzt fast die 5000 erreicht. Kann ich da rein? Ja. So auf jeden Fall, Dennis. Äh. Mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Warum ist ja alles so rutschig? Okay, ist ein Sumpf. Okay. Ist da hinten noch was? Ne. Ich glaube da, das ist, das ist glaube ich auf jeden Fall nicht gedacht, dass ich da durchkommen sollte. Ein bisschen fett. Ey, ich bin so geil, ne? Warte, das ist auch ein bisschen verdächtig aus. Nicht Edelstein, nicht Edelstein. Jawoll. Boah, ich überlege gerade ernsthaft. Soll ich erstmal zurückgehen? Soll ich erstmal das Level zurückgehen? Ne, noch nicht. Ich versuche erstmal nochmal die 5000 zu kriegen. Von da kam ich, okay. Dann habe ich hier die Wand gesehen. Das heißt, ich muss jetzt da lang. Weil ich will auf jeden Fall, das Teure will ich mir jetzt nicht da hinten da kaufen. Ich habe keinen Dietrich mehr, ne? Äh. Voll die Spinnerites hier. Und noch mehr Munition. Nice. Boah, gibt die mir nichts. Ich glaube, Takt. Und hier eine schöne Piranha-Pflanze, ne? Und kleine Gürteltierchens. Sammelst du das bitte ein? Boah, gibt mir keine Edelsteine mehr, die Penner. Wo ist das? Der gibt mir wenigstens wieder ein paar her. Das sieht so verdächtig aus, als könnte ich damit irgendwas tun. Das verbrennen kann es mich auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal gut. Ach, das ist ein Nest. Okay. Kann ich das kaputt machen? Auf jeden Fall nicht so. Ich habe es hier ja auch. Ich vergas. Oh, nein. Oh, die geht da runter. War nicht mehr so cool. Wunderbar. Das war, glaube ich, das Erste, was wir hier jetzt haben. Von acht oder so, ne? Oh, scheiße. Egal. Ich baue auf jeden Fall meine Superattacke. Alles andere macht hier keinen Sinn. Die Kiste da oben, war das die, wo ich war? Ich hoffe, es war die, wo ich war, ja. Gehen wir nicht auf die Zwiebel. Ja, das war die. Okay, hätten wir da schon mal abgehakt. Ähm. Punkt zwei wäre, da hinten ist eine Höhle. Da weiß ich noch nicht so genau, wie ich da hinkomme. Also nicht, wie ich in die Höhle komme, das ist jetzt nicht das Problem. So, wie ich da nicht in Edelstein komme, die da drin ist. Und das ist auch offensichtlich. Das ist offensichtlich. Da ist nix okay. Das wäre jetzt offensichtlicher als das andere. Ganz ehrlich. Wie soll ich denn da hinkommen? Das Matschepamper? Ich hätte irgendwie von der anderen Seite ein Loch einballern oder sowas. Ich muss echt wirklich sowas von hart die Wände mal angucken, ne? Mit dem, äh, super Angriff Dingens kannst du mit mehr Kraft und, äh, Tempo auf etwas losgehen. Das ist, äh, ganz praktisch, um verstärkte Türen und, äh, stabile Truhen, äh, aufzubrechen. Du brauchst 40 Lichtedelsteine, um das Dingens zu aktivieren. 40? Das ist doch einfach alles, oder? Moment. Ich meine, es müssten alle sein, die man hier sammeln kann, ja? Ja, okay. Scheint aber der Supersprint zu sein. Ja, okay, dann kann ich vielleicht jetzt. Ich brauch Edelsteine. Also sieht zumindest jetzt für mich einfach so aus, als gäbe es hier, äh, relativ viel Backtracking. Weil 40 Lichtedelsteine. Gut, die 8, die eine 8 kann ich jetzt, glaube ich, ja schon aktivieren. Muss ich jetzt zumindest schon mal zusammengesammelt haben. Wäääh, bist du denn? Wäääh, hau ab. So, warte mal, warte mal, warte mal. Erstmal hab ich hier noch ein bisschen was zu erkunden, glaube ich. Gut, hier war die Sache, wo ich jetzt erstmal nicht weiterkomme, so wie es aussieht. Von der anderen Seite vielleicht. Das ist aber auch nicht so, als könnte ich hier irgendwas kaputt machen, um von hinten da ranzukommen. Ne. Leider nicht, äh. Und ich frage, soll ich erstmal nach oben lang oder nach unten? Okay, damit hätte sich die Frage geklärt. Oh nein, ich brauch einen Dietrich. Hey, schade Dietrich. Aha. Guck mal, da kommen wir ja auch lang. Hä? Oder auch nicht. Ja, komm, dann... Auch da beißen wir mal den sauren Apfel und kaufen unseren teuren Dietrich. Ne, da kommen wir leider nicht hin. Also, wieder zurück. Mal kurz überlegen, wo der Arsch war. Da, da ist er hier, Mr. Wooper. Wo krieg ich von dem eigentlich keinen Rabatt oder so? Schau dich ruhig um, Spice. Also, gucken, wie man für den Aufgaben erledigen könnte, damit er die Sachen billiger anbietet. Das wär geil. Die ganzen Kisten krieg ich wirklich erst mit dem Superspring auf. Oh, nee. Ich will da hin! Und an dem Tournament spielen. Ja, aber vielleicht ist die andere Seite ja ein bisschen näher dran. Immerhin schon mal das zweite Ei hier in dem Level. Auch schon mal sieben. So nicht der Verkehrte. Mal vorsichtig. Immer die Wände im Blick haben, ne? Okay, das war wirklich Wand. Was? Das hat mir doch jetzt nicht wehgetan, oder? Ja, die Wände sehen auf jeden Fall jetzt momentan noch nicht sehr verdächtig aus. Okay, was ist das für ein Bereich? Wo bin ich hier? Ach, du Scheiße. Okay. Der ist etwas größer, ja? Ui! Ui, 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 ui. Das hab ich gar nicht gesehen. Gib mir Edelstein! Okay, ich bin weg. Hä? Was ist passiert? Warum bin ich gestorben? Wollen wir gut jemanden erklären? Hab ich nicht verstanden. Obwohl, mein Sparks war ja noch da. Oder ist das eine Treibsandpflanze? Aha, und das ist auch ein Schalter. Was macht der? Man soll den vielleicht auch treffen. Keine Ahnung, ob's zeitgesteuert ist. Ich hab jetzt ein bisschen nach Pfanne kuchen. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf, ey. Ich stirb. Ja, komm, dann geben wir noch mal ein bisschen Geld aus. Jetzt sind wir halt wieder 525 in den Wind geblasen. Aber ist dann halt so. Ah, okay, das ist die Tür, die wir jetzt zum Teil geöffnet haben. Das ist die Tür, die wir jetzt komplett öffnen werden. Kabums. Ich sag, da ist jetzt noch eine dritte Tür dahinter. Kann natürlich sein. Das war so klar. Nee, man kommt durch. Cool. Äh, soll ich erstmal da... Ja, ich glaub, ich geh auch erstmal wirklich erstmal dahin. Wie viel wird da noch erforscht? Das ist echt ein großes Level, ne? Oh, mein goodness. Was ist das? Was ist das? Das sind doch ein bisschen Minen oder so. Sesam, öffne dich. Und was ist da drin? Ein Dietrich. Das wär lustig. Tada! Ups. Zack. Ach du. Nee. Dann gehen wir erstmal hier lang. Oder? Ich weiß wirklich nicht. Ich glaube, man kann mal nichts machen. Sobald du den Elektro-Atem hast, kannst du dann bestimmte Schalter für elektrische Knoten aktivieren. Ah, okay. Moment. Ich will jetzt nochmal wissen, was der... Erzähl es mir nochmal, Frau. Bitte. Okay, egal. Nee, gut. Also hier muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Okay, klar. Es gibt ja auch die 40 Wicht-Edelsteine gedöhnt. Warum ist der deaktiviert? Es ist in Ordnung, aber... Verstehe ich trotzdem nicht. Oh mein Gott! Ja, das war so richtig... So richtig schlecht war das. Oh mein Gott. Das war wirklich nicht gut. Scheiße. Oh! Alter, wo war denn der Speicherpunkt? Ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich hab aber die Eier und so, ne?